Wir stehen auf gegen den Rechtsruck. Wir stehen auf für grenzenlose Solidarität. Wir stehen auf gegen Abschiebungen. Wir stehen auf für die Menschenrechte. Wir stehen auf gegen Faschismus. Wir stehen auf für eine menschliche Asylpolitik. Wir stehen auf gegen Rassismus. Großdemo am Internationalen Aktionstag gegen Rassismus. 16. März, 14 Uhr, Wien, U2-Museums-Quartier am Platz der Menschenrechte. Aufstehen gegen Rassismus.